Kapitel 10 Einer der Gegenstände im Katalog hat die Bezeichnung FF, und genauso ist es auch das Geheimnis, das die Quackmanners uns verraten wollten, erzählt, führt wurden, sagte Klaus abschließend. Das ist ja furchtbar, sagte Esmir und nippte an ihrem Glas. Sie hatte darauf bestanden, sich erst in Petersilien-Soda einzugießen, bevor die Baudelaires ihr erzählen konnten, was sie entdeckt hatten. Dann hatte sie noch darauf bestanden, sich in ihrem liebsten Wohnzimmer auf ihr totschicke Sofa zu setzen, während die drei Kinder sich im Halbkreis um sie herum auf drei totschicke Stühle setzen mussten, bevor sie ihr endlich von Günthers wahrer Identität berichten konnten, dem Geheingang hinter den Fahrstuhltüren, dem Plan, die Quackmanners aus der Stadt herauszuschmuggeln und dem überraschenden Auftauchen zweier geheimnisvoller Buchstaben als Bezeichnung für Position 50. Die drei Geschwister waren froh, dass ihr Vormund ihre Erkenntnisse nicht einfach als Einbildung abgetan hatte oder mit ihnen über Günther oder die Quackmanners zu streiten begonnen hatte, sondern einfach still und ruhig zugehört hatte. So still und ruhig, dass es schon wieder irritierend war, was ihr so viel heißen soll wie eine Warnung, die die Baudelaires nicht beachteten. Das ist ja das Umwerfendste, das ich je gehört habe, sagte Esmiel und nippte an ihrem Drink. Also nochmal, Günther ist tatsächlich Graf Olaf in einer neuen Verkleidung, habe ich das richtig verstanden? Genau, sagte Valet. Unter den Stiefeln versteckte seine Tätowierung und das Monokel ist dazu da, dass man die fehlenden Augenbrauen nicht bemerkt. Und die Quackmanners hatte er in einem Käfig auf dem Boden meines Fahrstuhlschachts versteckt, sagte Esmiel und stellte ihr Gloss auf einen Tisch hinab. Ja, sagte Klaus. Hinter der zweiten Tür gibt es gar keinen Aufzug. Irgendwie hat Günther ihn entfernt, damit er den Schacht als Geheingang benutzen konnte. Und jetzt hat er die Quackmanners aus dem Käfig geholt, fuhr Esmiel fort, und will sie aus der Stadt schmuggeln, indem er sie in Position 50 meiner Inauktion versteckt. Kackschritt, sagte Sani, das hieß, du hast es gerafft, Esmiel. Wirklich höchst kompliziert, sagte Esmiel. Erstaunlich, dass ihr Kinder dahinter kommen konntet, aber was für ein Glück auch. Sie schwieg einen Moment und wischte ein Staubkörnchen von einem ihrer Fingernägel. Jetzt können wir nur eins tun, wir fahren so schnell wie möglich zur Weblenhalle und sorgen dafür, dass dieser schreckliche Plan nicht ausgeführt werden kann. Wir sorgen dafür, dass Günther verhaftet wird und die Quackmanners freikommen, wir müssen sofort los. Esmiel erhob sich und winkte die Kinder mit einem matten Lächeln zu sich. Sie folgten ihr aus dem Wohnzimmer und an zwölf Küchen vorbei zur Wohnungstür. Unterwegs tauschten sie verblüffte Blicke aus. Ihr Fuhmann hatte natürlich Recht damit, dass sie sofort zur Weblenhalle fahren und Günther und sein Betrugsmanöver entlarven mussten, aber trotzdem fanden sie es merkwürdig, wie gelassen die sechs wichtigste Finanzberaterin der Stadt das ausgesprochen hatte. Die Kinder selbst waren so aufgeregt wegen der Quackmeisters, dass sie das Gefühl hatten, gleich aus der Haut fahren zu müssen. Doch Esmiel ging mit den Kindern aus dem Penthouse, als würde sie mit ihnen in den nächsten Supermarkt gehen, um eine Tüte Vollkornweizenmehl zu kaufen. Dass sie stattdessen auf schnellstem Wege zur Auktion wollte, um ein grauenvolles Verbrechen zu verhindern, merkt man ihr absolut nicht an. Als sie die Tür ihrer Wohnung hinter sich schloss und die Kinder noch einmal anlächelte, könnten die drei nicht die Spur von Aufregung auf ihrem Gesicht sehen, denn das war schon irritierend. Klaus und ich tragen sich abwechselnd, Sani, sagte Violet und hob ihre Schwester hoch. Dann musst du nicht die vielen Treppen runterkrabbeln. Oh, wir müssen nicht die Treppe nehmen, sagte Esmiel. Stimmt, meinte Klaus, es geht viel schneller, wenn wir das Geländer runterrutschen. Esmiel legte einen Arm um die Kinder und führte sie von der Wohnungstür weg. Einerseits war es schön, dass von Esmiel eine zärtliche Geste kam, aber andererseits war ihr Griff so eisern, dass sie sich kaum bewegen konnten, und das war auch wieder irritierend. Wir müssen auch nicht das Geländer runterrutschen, sagte sie. Aber wie sollen wir dann nach unten kommen, vergewildet. Esmiel streckte ihren anderen Arm aus und drückte mit einem ihrer langen Fingernägel auf den Knopf neben einem der Aufzüge, den mit dem Fall nach oben. Das war nun das Irritierendste überhaupt, aber jetzt war es leider zu spät. Wir nehmen den Aufzug, sagte Esmiel, als die Tür sich öffnete, und mit einem letzten Lächeln schob sie die Kinder mit ihrem Arm nach vorn und stieß sie in der Finsternis des Fahrstuhlschachts. Manchmal genügen Worte einfach nicht. Es gibt Empfindungen, die so entsetzlich sind, dass ich sie weder in Sätzen noch in Abschnitten noch in einer ganzen Buchreihe beschreiben kann, und das Entsetzen, das die Baudelaire-Waisen empfanden, nachdem Esmiel sie in den Fahrstuhlschacht gestoßen hatte, war so unbeschreiblich groß, dass es nur durch zwei schwarze Seiten darzustellen ist. Für das abgrundtiefe Grauen, das die Kinder fühlten, als sie in die Dunkelheit stürzten, fehlen mir einfach die Worte. Kein Satz fällt mir ein, der dir deutlich machen könnte, wie laut sie schrien und wie eisig der Wind an ihnen vorbeipfiff, und wie soll ich einen Abschnitt zu Papier bringen, der dir helfen könnte, die Angst der Baudelaires zu empfinden, als sie ihrem sicheren Verderben entgegenstürzten. Eins aber kann ich tun. Ich kann dir sagen, dass sie nicht ums Leben kamen. Nicht ein Haar wurde ihnen gekrümmt, als ihr Sturz sich die Tiefe schließlich endete. Sie überlebten den Fall durch den Fahrstuhlschacht, aus dem einzigen Grund, dass sie nie am Boden aufkam. Etwas bremste ihren Fall, womit ich sagen will, dass der Sturz der Baudelaires auf halben Wege zwischen dem automatischen Schiebetüren des Aufzugs und dem Metallkäfig, in dem die Quackmoyers eingesperrt waren, endete. Etwas bremste ihren Fall, ohne sie zu verletzen. Zwar glaubten sie zunächst, es müsse sich um ein Wunder handeln, als sie begriffen, dass sie lebten und nicht mehr fielen, doch sobald sie die Hände ausstreckten, wurde ihnen klar, dass sie sich mehr wie ein Netz anfühlte. Während die Baudelaires den Auktionskatalog Larsen und Esmee von ihren Erkenntnissen berichteten, hatte irgendwer ein Netzquell über den ganzen Schacht gespannt, und dieses Netz hatte verhindert, dass die Kinder in ihr Verderben stürzten. Weit, weit über ihnen war das Penthouse der Elends, und weit, weit unter ihnen der Käfig, in dem winzigen, verdreckten Raum, von dem ein Gang abzweigte. Die Baudelaires saßen in der Falle. Immerhin ist es sehr viel besser, in der Falle zu sitzen, als tot zu sein, und so umarmten sich die drei Kinder erst einmal aus lauter Erleichterung darüber, dass etwas ihren Fall gestoppt hatte. Spinchit, sagte Sunny mit einer Stimme, die völlig heiser war vom Schreien. Ja, Sunny, sagte Weidet und drückte sie fest an sich. Wir leben noch. Es hörte sich so an, als sagte sie das nicht zu ihrer Schwester, sondern auch zu sich selbst. Wir leben noch, wiederholte Klaus und umarmte alle beide. Wir leben noch, und es geht uns relativ gut. Das würde ich nicht sagen, ertönte Esmys Stimme von oben. Ihre Worte prallten an den Wänden des Schachts ab, aber dennoch hörten die Kinder jedes ihrer grausamen Worte. Ihr lebt, aber gut geht es euch nicht, auch nicht relativ gut. Sobald die Auktion vorbei ist und die Quäckmars aus der Stadt gebracht werden, kommt Gunther, um euch zu holen, und ich verspreche euch, dass es euch drei Weisen nie wieder gut gehen wird. Wirst du ein wundervoller, gewinnbringender Tag. Endlich wird mein früherer Schauspiellehrer nicht nur ein riesiges Vermögen in die Hand bekommen, sondern gleich zwei. Dein früherer Schauspiellehrer? fragte Weidet entgeistert. Willst du damit sagen, dass du immer gewusst hast, wer Gunther in Wirklichkeit ist? Natürlich, antwortete Esmys. Ich musste nur euch Kindern, meinen schwachsinnigen Ehemann, davon überzeugen, dass er ein Auktionator sei. Zum Glück bin ich eine umwerfend gute Schauspielerin, sodass es kein Problem war, euch an der Nase herumzuführen. Du hast also die ganze Zeit mit diesem schrecklichen Schurken unter einer Decke gesteckt? rief Klaus nach oben. Wie könntest du uns das antun? Er ist kein schrecklicher Schurke, widersprach Esmys. Er ist ein Genie. Ich habe dem Portier Anweisungen gegeben, euch nicht das im Haus zu lassen, bis Gunther euch holen kommt, aber Gunther hat mich überzeugt, dass es viel schlauer wäre, euch hier runterzuschmeißen, und er hat recht gehabt. So habt ihr keine Möglichkeit, zur Auktion zu kommen und unsere Pläne zu dich kreuzen. Ich allem, kreischte Sunny. Meine Schwester hat recht, rief Violet. Du bist unser Fohrm und deine Aufgabe ist es, uns zu beschützen und nicht uns in Aufzugsschächte zu stürzen und unser Vermögen zu stehlen. Aber es macht mir Spaß, euch zu bestehlen, sagte Esmys. Es macht mir Spaß, euch so zu bestehlen, wie Beatrice mich bestohlen hat. Wovon redest du überhaupt? fragte Klaus. Du bist doch schon unglaublich reißig, wozu willst du noch mehr Geld? Weil es in ist, natürlich, antwortete Esmys. So Kinder, ciao, ciao. Ciao, ciao, sagt man jetzt, wenn man drei frechen Weisen auf Wiedersehen sagt, die man nie mehr wiedersehen wird, das ist absolut in. Warum, rief Violet, warum bist du so gemein zu uns? Esmys Antwort auf diese Frage war grausamer als alle früheren, eine Antwort, für die es keine Worte gibt. Sie lachte bloß und ihre Lachen war ein lautes, hässliches Gewirr, das an den Wänden wiederhallte und dann langsam immer schwächer wurde, als der Vormund der Kinder sich entfernte. Die Baudelaires sahen einander an oder versuchten es wenigstens, so gut es in dieser Dunkelheit ging, wenn sie gleichzeitig vor Furcht und Ekel zitterten. So sehr zitterten sie, dass das Netz unter ihnen schwankte, dieses Netz, das ihre Rettung war, aber gleichzeitig auch ihre Falle. Gie? fragte Sanja und ihre Geschwister wussten, was sie damit sagen wollte. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht, sagte Klaus, aber irgendwas müssen wir machen. Und zwar schnell, fügte Violet hinzu. Das ist allerdings schwierig, rauf oder runter klettern können wir nicht, dafür sind die Wände zu glatt. Und Lärm zu machen, damit irgendwer auf uns aufmerksam wird, hat auch keinen Zweck, meinte Klaus. Selbst wenn uns jemand hört, wird er denken, das Geschrei käme aus einer der Wohnungen. Violet schloss die Augen, um nachzudenken, auch wenn es ohnehin so dunkel war, dass es eigentlich egal war, ob sie die Augen auf oder zu hatte. Klaus, vielleicht ist die Zeit wieder reif für dein Forschertalent, sagst du dich nach einer kleinen Weile. Erinnerst du dich, ob es irgendwann in der Geschichte Leute gab, die aus einer Falle wie dieser hier entkommen sind? Nicht, dass ich wüsste, sagte Klaus traurig. In der Sage von Herkulas wird erzählt, dass er zwischen zwei Monstern namens Skilla und Charybdis gefangen war, so wie wir jetzt zwischen dem automatischen Schiebetön und dem Käfig. Er ist aus der Falle herausgekommen, indem er sie in Whirlpools verwandelt hat. Glaukos, sagte Sani, was wohl heißen sollte, aber wir können das nicht. Ich weiß, sagte Klaus bedrückt. Sagen sind zwar oft sehr spannend, aber besonders hilfreich sind sie eigentlich nicht. Vielleicht ist die Zeit doch eher reif für eine von Violets Erfindung. Aber worauf soll ich was machen? Ich habe doch überhaupt kein Material, sagte Violet und befühlte mit der Hand die Ränder des Netzes. Das Netz kann ich nicht nehmen, denn wenn ich anfange, es aufzurübeln, dann stürzen wir ab. Es scheint mit kleinen Haken an der Wand befestigt zu sein, aber die kann ich auch nicht rausziehen und zu irgendwas anderem nehmen. Gut, Sahn? fragte Sani. Ja, antwortete Violet. Haken, leg deine Hand hier hin, Sani, dann kannst du einen fühlen. Vermutlich hat Gunther eine lange Leiter benutzt, um die Haken in die Wände zu schlagen, und dann hat er das Netz daran festgemacht. Anscheinend sind die Wände des Fahrstuhlschachts weich genug für kleine spitze Gegenstände. Tjalk? fragte Sani, womit sie sagen wollte. Wie zum Beispiel Zähne? Und im selben Moment wussten ihre Geschwister, woran sie dachte. Nein, sagte Violet. Du kannst nicht den Schacht hochklettern und dich nur mit den Zähnen festhalten. Das wäre viel zu gefährlich. Joi! Widersprach Sani und das hieß ungefähr. Aber wenn ich falle, dann falle ich doch wieder ins Netz. Aber was ist, wenn du auf halbem Wege stecken bleibst? fragte Klaus. Oder wenn dir ein Zahn abbricht? Mister! sagte Sani und das hieß. Ich muss es einfach riskieren. Es ist unsere einzige Hoffnung. Ihre Geschwister stimmten ihr, wenn auch ungern, zu. Der Gedanke, dass ihre kleine Schwester an den Wänden des Fahrstuhlschachts hochkletterte und sich dabei nur an den Zähnen festhielt, gefiel ihnen überhaupt nicht. Doch es fiel ihnen auch keine andere Möglichkeit ein, wie sie rechtzeitig entkommen könnten, um Gunthers Plan zu durchkreuzen. Die Zeit war nicht reif für Weides Erfindergeist und auch nicht für das Wissen, das Klaus sich angelesen hatte, aber sie war sehr wohl reif für Sani's scharfe Zähne. Im nächsten Moment legte das Jüngste der Baudelairekünder den Kopf in den Nacken, schleuderte ihn dann wieder nach vorn und stieß ein ihrer Zähne in die Wand. Jeder Zahnarzt hätte stundenlang geschluchzt bei dem Geräusch, das dabei entstand, aber die Baudelaires waren ja keine Zahnärzte und so lauschten alle drei angestrengt in die Dunkelheit, um zu hören, ob Sani's Zahn ebenso festhalten würde wie die Haken. Zu ihrer Freude hörten sie nichts. Kein Schramm, kein Abrutschen, kein Krachen, nichts, woraus sie hätten schließen können, dass Sani's Zähne nicht halten würden. Sani schüttelte sogar leicht den Kopf, um zu sehen, ob ihr Zahn sich dabei aus der Wand lösen würde, aber sie hatte festen Halt. Nun bog sie leicht den Kopf und platzierte einen zweiten Zahn in der Wand, kurz oberhalb des ersten. Sobald dieser fest sah, schrug sie den ersten heraus und stieß ihn an anderer Stelle erneut in die Wand, ein Stück oberhalb des zweiten. Durch diesen Abstand zwischen den Zehen hatte Sani sich bereits ein Stück an der Wand hochbewegt und als sie den zweiten Zahn wiederum oberhalb des ersten platzierte, berührte ihr kleiner Körper schon nicht mehr das Netz. Viel Glück, Sani, sagte Violet. Wir werden dich anfeuern, Sani, sagte Klaus. Sani antwortete nicht, aber ihre Geschwister machten sich keine Sorgen deswegen. Sie wussten ja, dass es schwierig war, viel zu sagen, wenn man den Mund voller Aufzugwand hatte. Also belieben Violet und Klaus einfach im Netz sitzen und riefen ihrer kleinen Schwester immer wieder aufmunternde Worte zu. Wäre Sani in der Lage gewesen, gleichzeitig zu klettern und zu reden, dann hätte sie vielleicht Soriet gesagt, so weit, so gut, oder Jaff, die Hälfte habe ich wohl geschafft, doch so hörten die beiden großen Baudelaires nichts weiter von ihr, als die regelmäßigen Geräusche, die sie machte, wenn sie ihre Zähne in die Wand schlug oder wieder herauszog. Endlich aber ertönte von oben ein triumphierendes Job! Mensch, Sani, brüllte Klaus, du hast es geschafft! Spitze, rief Violet hinauf. Jetzt soll schnell unser Not sein unterm Bett hervor und dann kommen wir beide zu dir hoch. Dankbar, rief Sani zurück und krabbelte los. Die beiden älteren Geschwister saßen eine Weile im Dunkeln und staunten über die Fähigkeiten ihrer Schwester. Ich hätte das nicht gekonnt, sagte Violet. Schon gar nicht in Sani's Alter. Ich auch nicht, sagte Klaus. Und dabei haben wir beide normalgroße Zähne. Es ist nur die Größe ihrer Zähne, meinte Violet. Es ist auch die Größe ihres Mutes und die Größe ihrer Sorge um uns beide. Und die Größe des Schlamasses, in dem wir stecken, fügte Klaus hinzu. Und die Größe des Verrats, den unser Vormund begangen hat. Ich kann nicht fassen, dass Esme die ganze Sache mit Gunther gemeinsam geplant haben soll. Die Frau ist genauso hohl wie dieser Fahrstuhlschacht. Esme ist eine ganz gute Schauspielerin, versuchte Violet, ihn zu trösten. Ach, wenn sie eine grässliche Person ist. Sie hat uns so reingelegt, dass wir ihr geglaubt haben, dass Gunther sie reingelegt hat. Aber was hat sie eigentlich gemeint, als sie sagte »Tada!«, rief Sunny von oben. »Sie hat das Seil!«, sagte Violet aufgeregt. »Knot ist am Türken auf Fest, Sunny, mit der Teufelszunge!« »Nein!«, sagte Klaus. »Ich habe eine bessere Idee.« »Eine bessere Idee, als sie rauszuklettern?«, fragte Violet. »Rausklettern würde ich auch,« sagte Klaus. »Ich meine nur, wir sollten nicht nach oben klettern. Da oben sind wir doch wieder nur am Penthouse.« »Aber vom Penthouse aus können wir zur Webblendhalle. Wir können ja auch das Geländer runterrutschen, dann sind wir schneller.« »Aber am Ende des Geländers ist die Eingangshalle,« gab Klaus zu bedenken. »Und in der Eingangshalle ist der Portier, der die strikte Atem-Anweisung hat, uns nicht rauszulassen.« »An den hätte ich gar nicht gedacht,« räumte Violet ein. »Und er tut ja immer, was ihm gesagt wird.« »Und deshalb müssen wir das Haus der dunklen Allee 667 auf einem anderen Weg verlassen,« sagte Klaus. »Die Temu!«, rief Sunny nach unten, was mehr oder weniger hieß es. »Was für einen anderen Weg gibt es denn?« »Abwärts,« sagte Klaus. »Van dem winzigen Räumchen unten führt doch ein Gang ab. Erinnert ihr euch? Gleich neben dem Käfig.« »Stimmt,« sagte Violet. »Und durch diesen Gang muss Gunther die Quackmars verschleppt haben, bevor wir sie rüberfreien konnten. Aber wer weiß, wo der endet?« »Also, wenn Gunther mit den Quackmars durch den Gang ist,« überlegte Klaus, »der muss ja irgendwo in der Nähe der Weblendhelle rauskommen. Und genau dahin wollen wir schließlich auch.« »Du hast recht,« sagte Violet. »Sani, du brauchst das da nicht mehr festzuknoten. Es könnte sowieso sein, dass jemand es findet und merkt, dass wir entkommen sind. Bring es einfach mit runter. Glaubst du, du kannst dich weiter nach unten beißen?« »Gianimo!«, rief Sunny, was so viel hieß wie, »ich muss mich gar nicht nach unten beißen.« Und damit hatte sie recht. Sie war zu tief Luft und stürzte sich in den dunklenen Schacht, das Notsein hinter sich herziehend. »Dieses Mal brauche ich keine leeren Seiten für den Sturz in die Finsternis, denn der Schrecken des langen dunklen Falls wurde Sunny dadurch versüßt, dass sie wusste, unten wartete ein Netz und ihre Geschwister auf sie. Plums landete Sunny im Netz, und mit einem zweiten, leiseren Plums landete das Seil neben ihr. Nachdem Violet sich vergewissert hatte, dass ihre Schwester nicht passiert war, machte sie sich daran, ein Seiländer an einem der Wandhaken zu befestigen. »Ich kontrolliere, ob das Seil auch ganz fest sitzt,«, sagte Violet. »Sunny, wenn deine Zähne nicht zu müde sind vom Klettern, da könntest du schon mal ein Loch ins Netz beißen, du darfst ihn durchschlüpfen können.« »Und was kann ich tun?«, fragte Klaus. »Du kannst beten, dass es funktioniert,« sagte Violet, doch die beiden Schwestern hatten ihre Aufgaben so schnell erledigt, dass auch für die kürzeste religiöse Zeremonie keine Zeit blieb. In Sekunden schneller hatte Violet das Seil mit komplizierten und äußerst wirksamen Knoten am Haken befestigt, während Sunny ein kinderkopfgroßes Loch mitten ins Netz gebissen hatte. Violet ließ das Seil des Loch in Dunter baumeln, und die drei Kinder lauschten, bis sie das vertraute Klingen hörten, als ihre Seilattrappe gegen den Metallkäfig schlug. Einen Moment lang starrten die Baudeliers durch das Loch hinunter in den schwarzen Abgrund. »Ich kann es nicht fassen,« sagte Violet, »dass wir wieder da runter sollen.« »Ich weiß, was du meinst,« sagte Klaus. »Wenn ich jemanden gefragt hätte, damals am Strand, habe ich mir vorstellen können, ich könnte je im Leben in einem leeren Fahrschulschacht rauf- und runterzuklettern und zwei Drinnige zu befreien, dann hätte ich gesagt, nie im Leben, und jetzt ist es schon das fünfte Mal in 24 Stunden. Was ist nur mit uns geschehen? Was hat uns hierher geführt an diesem grauenvollen Ort, in dem wir jetzt starren?« »Ein Unglück,« sagte Violet leise. »Ein schrecklicher Brand,« sagte Klaus. »Olaf,« sagte Sunny abschließend und fing an, das Seil hinunter zu klettern. Klaus folgte seiner Schwester durch das Loch im Netz, und so begaben sich alle drei Geschwister wieder auf den langen Weg durch den halben Schacht, bis sie wieder den winzigen, verdreckten Raum, den Käfig und den Gang erreicht hatten, der sie hoffentlich zur Auktion führen würde. Sunny kniff die Augen zusammen und betrachtete das Seil, um ganz sicher zu sein, dass ihre Geschwister es sicher nach unten geschafft hatten. Klaus kniff die Augen zusammen und schaute in den Gang, um zu sehen, wie lang er war und ob vielleicht jemand oder etwas dort auf sie lauerte. Und Violet kniff die Augen zusammen und betrachtete die Schneidbrenner, die sie in der Ecke gepfeffert hatte, als die Zeit nicht reif dafür war. »Wir sollten Sie mitnehmen,« sagte sie. »Wieso?« fragte Klaus. »Die sind doch sicher längst kalt.« »Klar,« antwortete Violet, »und die Spitzen sind vom Aufprall verbogen, aber vielleicht sind sie uns noch mal zu irgendwas Nütze. Wir wissen nicht, was uns in den Gang erwartet und ich möchte nicht mit leeren Händen dastehen, wenn was ist. Hier, Klaus, hier, Sunny.« Die jüngeren Geschwister nahmen die verbogenen, abgekühlten Feuerzangen entgegen und dann machten die drei ihre ersten Schritte in den Gang. In der völligen Finsternis dieses schrecklichen Ortes wirkten die Feuerzangen eher wie lange, schmale Verlängerungen in der Hände der Baudelaires und nicht wie Erfindungen, die sie da hielten. Aber wenn Violet gesagt hatte, sie wolle nicht mit leeren Händen dastehen, dann bedeutete das nur, dass sie nicht unvorbereitet sein wollte. Und drei Kinder in einem finsteren Gang, die Feuerzangen in den Händen halten, sind vielleicht etwas besser vorbereitet, als drei Kinder in einem finsteren Gang, die gar nichts in den Händen halten. Und leider muss ich dir sagen, dass die Älteste der Baudelaires völlig recht hatte. Die drei Kinder konnten es sich absolut nicht leisten, mit leeren Händen dastehen, nicht wenn man bedenkt, was für ein unfairer Vorteil am Ende des Wegs auf sie wartete. Während sie in einem vorsichtigen Schritt nach dem anderen machten, mussten die Kinder ihre Hände eher so voll wie möglich haben, angesichts des Elements Überraschung, das am Ende des finsteren Gangs auf sie wartete. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bis zum nächsten Mal.